Jeder von uns hat eine Leidenschaft und meine große Leidenschaft ist mein Instrument. Mein Name ist Andrea Kira und ich bin Pahnflötistin. Habt ihr schon mal Vivaldi's Vierjahreszeiten auf der Pahnflöte gehört? Jetzt habt ihr die Gelegenheit eine große Premiere im Wiener Musikverein zu erleben. Mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung des Dirigenten Daglas Bostock nehmen wir euch auf eine fantasievolle Reise durch die Jahreszeiten. Jede Jahreszeit hat ihre eigene Farbe und ihren eigenen Klang. Zum musikalischen Programm trägt die vielseitige Schauspielerin Mercedes Echera die wunderbaren Gedichte von Isidore Mendash vor. Also, es erwartet euch einen ganz besonderen Abend. Wir sehen uns am Freitag, dem 13. Oktober um 19.30 Uhr im Pramsal, hier im Wiener Musikverein. the